Mono, Jellewein, ihres Zeichens, Merkaufbache, die Ruhlermeisterin in Wollern. Aufwand Acker, ganz korrekt vorbei. Wurde kurz ein zweiter Platz, wieder im Halbkühlein, der Jugendfremd 2017. Und hat auch heuer schon in Wollern so lieben Vorstieg, große Leistungen in den Auslandcups gezeigt. Jetzt der Auftritt bei der Staatsmeisterschaft. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Da ist die Zeit leider nicht ganz ausreichend. Und wir gehen in die nächste Runde. Und wir haben langsam aber sicher die Hände aller Athleten lassen. Und wir sind wieder aus Tirol mit der Engelskollegin von der Mona Frau in Jana Aert. Und auf der rechten Seite mit der Reihe auf der großen Bühne des Bowlersports angekommen. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's.